Wie ich bin, so singen die beiden Hexen in der deutschen Fassung des Musicals Wicked, die Hexen von Oss. Freuen Sie sich mit mir über unsere beiden Sängerinnen Svenja und Larissa Kretscharski, die nun für Sie in die Rollen von Bär Elfaba und Glinda schlüpfen und wir Sie mit dem Titel Wie ich bin verzaubern wollen, nicht verhexen. Vielen Dank. 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 Und 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 Und